Das Flugungsfahrzeug ist eingeschäft in die Boxengasse, das heißt jetzt beginnt die Startphase, Ampel ist auf rot geschaltet, die Abtreihe Nummer 1, also vorne vor und die zwei in der ersten Reihe dahinter, der Reiterlambo, Ampel ist grün und zunächst mal setzt sich nun Herr Ludwig in die fügende Position.